Bei mir sitzen jetzt Sabrina Fox und Rita Fasel und für mich persönlich seid ihr die beiden Fußköniginnen, die heute hier sind. Und ich würde gerne mal wissen, wie seid ihr beide auf das Thema Füße gekommen? Also Rita ist ja schon weit vor mir auf das Thema Füße gekommen. Ich glaube, du musst da eher anfangen dazu. Ich bin mit Anfang 20, habe ich Fußlesen gelernt in Israel und das hat mich so fasziniert und es ist so einfach, mir selbst und jemand anderem auf die Schliche zu kommen eigentlich. Hast du irgendwas ganz Spannendes an deinen eigenen Füßen entdeckt, wo du gedacht hast, oh wow, oder magst du dich ansiedeln? Doch, doch, klar. Also ich glaube, ich bin im Familienbund mit meiner Mutter und meinen Töchtern. Wir haben da ähnliche Themen. Geht immer ein bisschen um die Polarität, Beziehungen und so. Also da habe ich sicher meine Herausforderungen. Und bei anderen Leuten findet man vielleicht die Kreativität oder die Aggression oder zu wenig Urvertrauen. Also ganz unterschiedlich. Es gibt zehn wesentliche Themen und jeweils die Schatten- und die Sonnenseite davon und so kann man Füße lesen. Sie macht das wirklich sensationell gut. Sie hat ja, wie ich anfing barfuß zu gehen vor zweieinhalb Jahren, haben wir uns da erst kennengelernt und dann sagte sie, sie würde gerne mal meine Füße lesen. Und ich habe immer schon gesagt, ich bin auch immer oft schon barfuß gegangen, aber halt noch nie mit dieser Konsequenz. Ich dachte mehr, ich wollte immer mal schauen, ich wollte mit dem Vorderfuß auftreten und schauen, wie das geht. Und das kann man eben mit Schuhen nicht wirklich. Und da hat mir Rita dann auch sehr geholfen, weil sie einfach irrsinnig viel weiß über die Füße, was das bedeutet. Und sie hatte in allem Recht, was sie da gesagt hat. Das habe ich ihr dann auch in meinem Buch beschrieben, weil es schon spannend ist, auch die Füße kennenzulernen. Über die Hände reden wir so oft, aber unsere Füße, unsere Wurzeln werden halt einfach wirklich oft vernachlässigt. Und zu einem sinnlichen Gefühl muss man den ganzen Körper mit aufnehmen. Der Körper hört nicht hier auf. Das ist nicht mein Körper, sondern durch meine Füße gibt mein Körper mir sehr, sehr viele Informationen. Und die wahrzunehmen ist immer eine schöne Sache. Hat sich was an deinen Füßen verändert? Also habt ihr so einen Vorher-Nachher-Check gemacht, dass man sagen kann, Barfußwirkung hat konkret eine Auswirkung auch auf Seele und alles? Es hat enorme. Ich habe eine ganze Liste von Auswirkungen. Also das Erste, was ganz besonders war, ist einfach, dass man sich ganz wahrnimmt. Also man erspürt sich als Ganzes. Das Zweite ist, dass man keine Rückenschmerzen mehr hat, was in meinem Fall jetzt ganz nett war, weil ich hatte so unten, so hier öfter so meine Probleme. Und dann hat man natürlich auch, die Füße sind nicht mehr kalt, weil die mehr doch blutet werden. Der Körper hat sie ja quasi absterben lassen, weil er sagt, da bewegt sich nichts, da passiert nichts. Also der ganze Bewegungsablauf wird harmonischer. Das ganze Wohlfühlen ist harmonischer. Also da passiert enorm viel, weil die Füße geben uns Informationen für den Rest von unserem Körper. Ihr macht jetzt, glaube ich, auch bald einen Workshop zusammen. Wie ist das zustande gekommen? Also ich habe den initiiert, weil es ist ein Workshop nur für Frauen. Da geht es nicht nur um Füße, sondern es geht um schwungvoll ins Neue. Und wir Frauen ja öfters, deshalb sind auch in der spirituellen Szene sehr viele Frauen, weil wir oft öfter bereit sind für Neues. Wir sind da die Vorreiterinnen. Und sich das Leben immer mal wieder anschauen. Passt das? Passt das nicht? Und das wollen wir eben gemeinsam machen. Da ist noch die Sabine Bundschuh dabei, eine wunderbare Musikerin. Und ich wollte auch was lernen. Ich will auch zu einem Workshop gehen, wo ich auch was lernen kann. Deshalb habe ich mir zwei Frauen ausgesucht, wo ich gedacht habe, Mensch, von denen möchte ich gerne mehr lernen. Das ist die Rita-Phase und die Sabine Bundschuh. Und so ist es dann entstanden. Das heißt, in dem Workshop kann ich auch jetzt konkret von dir Fuß lesen lernen? Ja, ja. Und eben wie mutig man wieder fortschreiten kann. Da ist ja der Schritt immer drin. Also mutigen Fußes voran. Und da werden wir ganz viele Techniken eben von der Sabine Bundschuh auch haben. Und von Sabrina Fox natürlich auch die schönen Weisheiten, wie man sich innerlich stärken kann, wie man mutiger voranschreiten kann. Mutig ins Neue. Welchen Ort habt ihr dafür ausgesucht und wann findet das Ganze statt? Weißt du das Datum noch? Auswendig nicht. Das ist im September, zweiter Teil. Also dritte Septemberwoche, glaube ich. Ja, oder dritte Septemberwoche. Und Schloss Blumenthal als wunderbaren Seminarort haben wir eigentlich zusammen besucht. Und für gut befunden, gell? Wir wollen es ja schön haben. Also ich finde, Schönheit ist wahnsinnig wichtig. Also so ein Workshop, wo irgendwie so ein runtergeratztes Bett irgendwo steht mit liebloser, zusammengestellter Deko. Das halten wir alle drei nicht aus. Und das Schloss Blumenthal ist wirklich ein sehr, sehr schöner Ort. Jedes Zimmer individuell gestaltet. Aber wirklich schön. Das kann ja auch daneben gehen. Also das ist wirklich sehr schön. Da freuen wir uns sehr. Ich finde es gerade schön. Wir sind ja beim Kongress die Übersinnlichen. Und Füße sind ja etwas sehr Bodenständiges. Das muss ja auch zusammenspielen. Könnt ihr nochmal eine Sache, die euch persönlich am sinnvollsten erscheint, wie man sich gut erdet mit seinen Füßen, sagen? Für dich ist es wahrscheinlich Barfußlaufen, Sabrina? Für mich ist es eigentlich die Stille. Ich finde die Stille, mit mir selbst sein, mich am Körper zu erspüren, da gehören natürlich die Füße dazu. Das ist für mich eigentlich das wichtigste Element. Ich mache das zweimal am Tag, auch immer wieder zwischendrin. Wie spüre ich mich? Wie erfülle ich mich? Wie erlebe ich mich? Was sagt mir mein Körper? Das halte ich für enorm wichtig, in dem Jetzt, auch in der Präsenz im Jetzt zu sein. Weil das Gehirn geht in die Zukunft oder in die Vergangenheit und organisiert und macht. Und das immer wieder in den Körper zu holen, das, glaube ich, ist enorm wichtig. Und bei mir, ich habe es ja genannt, die Spuren der Seele, mein Buch. Und es sind ja Seelenspuren, die ich an den Füßen ablesen kann, auch die Veränderungen, wenn man da so pro Jahr vielleicht einmal so eine Fußsichtung macht. Und es verbindet schon das Erdige mit dem Übersinnlichen. Also das ist für mich keine Kontroverse. Und klar, wer gut zu Fuß ist, ist auch mutiger unterwegs. Und das zeichnet sich immer ab, an den Fußumrendungen und Eckchen und Spitzchen. Und was tust du persönlich deinen Füßen Gutes? Ich laufe jetzt nicht jeden Tag barfuß, da bin ich irgendwie noch zu wenig weit. Aber ich laufe so viel barfuß wie möglich. Immer wenn ich in Asien bin, da fallen auch die Flipflops weg. Und hier in Europa habe ich schon noch gern Schuhe an. Ich fühle mich sonst zu verletzlich, wenn ich zu viel barfuß unterwegs bin. Deshalb bewundere ich Sabrina, so wie sie das durchzieht mit der Power und allem. Also das kannte ich nicht. Aber zeitweilig schon. Wie fühlt sich, abschließend nochmal gefragt, wie fühlt sich dieser Kongress für deine Füße an? Also meine Füße lieben mir alle möglichen verschiedenen Böden. Also jetzt sind wir ja auf so einer Marmor-Geschichte. Und das ist ganz interessant, weil die Augen in der Regel sagen, oh, oh, das ist kalt. Aber die Augen sitzen warm verpackt mitten im Kopf und haben keine Ahnung, wie die Temperatur ist. Und meine Füße sagen mir, ja, das ist kühler. Aber kühler ist nicht zwangsläufig schlechter. Und das ist einfach spannend, diese verschiedenen Bodenbeläge zu erspüren. Und das ist immer schön. Und das ist es ja, was das Leben ausmacht. Eine spannende, reiche, und das haben wir auch in der Gehirnforschung gelernt, es muss eine abwechslungsreiche Geschichte sein, auch für unser Gehirn. Wenn wir immer wieder das Gleiche machen, schläft unser Gehirn ein und nichts mehr passiert. Und deshalb hilft es, viel zu spüren und Unterschiedliches zu spüren.